Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von IOWOKIE GAMEMASTER Und in der letzten Folge hat das Glücksrad entschieden, dass ich und GAMY diese beiden Exo-Masken hier anziehen Wow Leute, als das einfach nur zu krank, als ich die Maske auf hatte, war ich in so einer düsteren, dunklen Welt Und es war einfach nur krank Aber Leute, bevor wir das machen, wir haben eine richtig krasse Folge hochgeladen bei IOWOKIE GAMEMASTER FUN Wir haben die XO-XO-Maske mit LK gezifftet, Leute Da ist er Soll ich nochmal auf diesem Kanal das probieren, Leute? Können wir eigentlich machen, Leute, aber haltet ich hier Okay, GAMY, du willst die XO-Maske aufziehen, okay? Was ist denn mit Chaos los? Okay, man, was... GAMY! Carsten! Carsten hat gerufen Alter, GAMY! Da lässt mich in Ruhe kein... Kein Bock, man Leute, ich... Heute, ich... Schnell... Schnell weg, ja... Die Tür ist nicht auf. Ja, Leute. Perfekt. Die Tür ist zu. Okay. Nein, Gamey, ich habe keinen Bock, die Maske aufzuziehen, Leute. Ich will das nicht. Ich habe das schon mal gemacht. Ja, ich schwein, aber zu zweit schaffen wir alles. Das ist doch auch, Leute. Mann. Ich war, als ich die Maske aufhatte, doch in so einer düsteren, dunklen Welt, zusammen schafften wir alles. Ja, ja, Gamey, ich weiß, ich rede mit den Züchern. Lass mich noch kurz mit den Züchern reden. Das ist ja noch eine Tür. So, Leute, aber, Leute, wenn wir die X-O-Masten aufhaben, wer zieht die uns denn überhaupt ab? Aber soweit hat Gamey wahrscheinlich nicht gedacht. Gamey, wir ziehen uns die X-O-Masten überhaupt ab. Danach sind sie zerstört. Es gibt so nichts, oh, wahrscheinlich so nicht. Hundertprozentig wird das so sein. Ich zieh die Maske nicht auf. Und Gamey hat auch schon gar keine Argumente mehr. Der wiederholt sich die ganze Zeit. Doch, ich habe Argumente. Ja, Gamey, ich rede mit den Züchern und nicht mit dir. Ach so. Mann, Leute, ich habe echt keinen Bock, die Maske hinzuziehen. Oh, Mann, Leute, wir müssen uns jetzt was Neues überlegen. Das gibt es doch nicht, dass sich Nevio einfach hier im Klo versteckt. Das hätte ich schon beider meinen eigenen Namen. Ich sage, ich habe es. Ich gehe dafür mal kurz in die Küste und dann werde ich Nevio einfach mit essen. Aber so, wie findet er die Idee? So, so, wir werden jetzt für Nevio Essen vorbereiten, Mann. Dass das sich einfach so im Klo versteckt. Das kann es doch echt nicht sein, Leute. So, ein bisschen Reis noch. Gabel und Löffel. Ich weiß ja nicht, wie Nevio das ist. So, Leute, und dann hätten wir das eigentlich schon fertig. Dann gehen wir damit jetzt zu Nevio. Besser, wir klopfen an. Ich habe selten das, wo die Tür nicht schnell weg, ja. Lass mich in Ruhe geben. Ich will die XO-Maske nicht aufziehen. Akzeptiert es doch mal. Mann, warum nicht? Mich geben nicht in Ruhe. Warum akzeptiert, dass ich die Maske nicht aufziehen will? Ich sehe das. Oh, Leute, oh mein Gott, die ist lecker. Ey, Leute, lass die echt jetzt sofort auf. Leute, das schmeckt so lecker. So, machen wir noch die Tür jetzt zu. Gaby, da bist du. Ja, warte, was fragst du, ob ich die Maske jetzt aufziehen will? Ja, okay. Ja, okay, Leute, jetzt habe ich Bock, die Maske aufzuziehen. Ich glaube, diese Stärkung, vorher hat mir einfach gefehlt, Leute. Alles klar, gehen wir direkt in den Garten und ziehen die Maske auf. Und ziehen die Maske jetzt auf, Leute. So, alles klar, Leute. Okay, ich bin schon mega aufgeregt, Leute. Seid ihr bereit? Hier ist die Maske. Ich sehe nur die andere Gang, okay. So, gut. Okay, wir... Wir werden jetzt zu XO-Zwillingen in... 3, 2, 1... Was geht ab, XO? Äh, nichts bei dir. Auch nichts, aber XO, was machst du ja? XO, XO, war endlich. Wurde aber auch mal Zeit hier. Wir haben uns jetzt lange nicht gesehen, aber... XO, XO, was geht ab? Was geht ab? Bei mir geht eigentlich nichts ab. Ich bin hier XO und du? Ich bin eigentlich auch hier. Also, äh, äh, was macht dieser Kaktus denn hier? Was macht das alles hier? Oh, was sind wir hier überhaupt? Was ist das hier für eine hässliche Decke und für ein hässlicher Tisch? Oh, mein Gott. Was? Und was ist mit meiner Stimme hier los? Und das schaut uns doch irgendeiner an. Seht ihr es auch, Leute? Äh, Leute? Warte. Aber die Decke geht immerhin. Das muss man schon mal loben hier. Die Decke ist hier das Beste soweit. Hehehehe. Leute. Aber was macht der hier? Irgendeiner schaut uns doch an. Hä? Wie heißt dieser komische Typ? Der hält auch so einen Typ die Kamera. Ey, der soll mal weggehen. Was meinst du, XO? Ja, lass uns doch erst mal hier im Haus umschauen. Ja, gute Idee, XO. Lass uns das machen. Hehehehe, XO. Geh erst mal duschen. Was hier? Ich bin Hübsche, XO. Du bist hässliche, XO. Nein, umgekehrt. Ja, und? Ich war vor dir auf der Welt. Also bin ich Hübsche, XO. XO muss in die Wanne. XO, du musst in die Wanne. Deine Kutte stinkt. Was für? Deine Klamotten stinken auch, XO. Und dein Gesicht stinkt auch. Nein? Das stimmt gar nicht. Bei mir stinkt gar nichts. Ich bin sauber. Ja, Leute, was will der? Aber irgendeiner schaut uns doch hier an. Was ist das da? XO, wer ist das? Wer ist das da? Ich komme nicht drauf. Ich brauche erst mal was zu essen. Meine Nerven sind zu hoch. Lecker Tomaten, lecker, lecker, lecker. Lecker. Aber was sollen wir ja machen, XO? So viel zum Fressen scheint es hier wohl auch nicht mehr ganz zu geben. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Aber, oder XO, lasst uns tanzen. XO, XO, XO. Verdammt, wir haben nicht genug tanzen gelernt. Wer ist das? Wer ist das? Ja, winkt da mal, Leute. Wer ist das? Sind wir gerade live? Hey, das schaut uns doch einer die ganze Zeit zu. Wer ist das? Sind wir hier gerade in der Fernsehshow? Was ist das, Leute? Hallo? Hallo? Wer bist du? Aber wir werden als nächstes Phantom etwas antun. Also. Also, XO. Als nächstes werden wir etwas Phantom antun. Ja, XO. Wir werden was sagen bei Phantom, aber wir werden nichts sagen. Aber wer ist das? Also, XO. Wer werden Phantom etwas antun? Wir werden den ganzen Kanal hier übernehmen. Was hältst du davon, XO? Ja, die Idee ist gut. Oh mein Gott, ja. Alles klar. Und dann werden wir uns auch diesen komischen Hund schnappen. Ich weiß immer noch nicht, was das für ein Hund ist. Und was das ist. Hä? Da ist sie schon wieder, XO. Guck mal ganz nah. Da ist schon wieder so eine Kamera. Da schaut uns jemand an. Ey, ey du. Hast du ein Problem oder was? Der hat doch ein Problem. Ey, du Scheißhaufen. Was machst du da die ganze Zeit? Ey, XO. XO, helf mir doch mal. XO. XO. Ist XO Baden gegangen? XO, wo bist du? XO. Wir werden etwas Phantom antun. Bist du dabei? XO, XO. 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 Phantom XO. Phantom XO. Phantom XO. XO. XO in der Wanne. XO ist Scheißhaufen. Hehehe. Hehehe. Mit dieser Waffe werden wir Phantom vernichten. Die schmeckt lecker, obwohl das eigentlich eine Waffel ist. Merkwürdig, Leute, oder? Es ist sehr merkwürdig, aber... Aber merkt euch ein, ihr komischen Leute. Als nächstes werden wir Phantom etwas antun. Habt ihr verstanden? Daaaa! Untertitelung. BR 2018